Kreisliga-Legenden Ja, es geht auf Weihnachten zu Ja, genau Ich lese euch eine kurze Passage vor aus dem Buch Kreisliga-Legende Kreisliga-Fußball ist, wenn die Relegationsspiele die einzigen Spiele mit Linienrichter sind Ja Für was braucht man ja auch Wir sind es ja in der Bundesliga Selbst mit Videoassistent wird das nichts Und von diesen Fehlentscheidungen von dem Schiedsrichter bei uns in der Kreisliga, der nur im Mittelkreis steht lebt ja die Kreisliga letztlich War das eine kleine Spitze an den DFB? Niemals DF wer? DFK Deutscher Fußball-Kreisliga-Bund Ah, ja Ich sag cheerio, Miss Sophie Macht's gut Halt doch mal das Buch in die Kamera Wie geil ist das denn? Jetzt schon